Hallo und Willkommen zu meinem ersten Let's Play auf meinem Kanal BUNCHCRAFTER. Wir spielen in der aktuellsten Version Minecraft 1 und 17 und spielen ein Survival-Projekt auf normal, also Schwierigkeitsgrad normal. Mal gucken, wie lange die Folgen dazu gehen wird und auch mal gucken, wie lange die Folgen werden. Jetzt würde ich erstmal hier eine Axt machen, damit wir Stein holen können. Wer als erstes schon ein Holzschwert macht? Nein! Bitte macht das nicht! Nein! Das macht man einfach nicht. Da verschwendet man das Holz. Hier ist schon Stein und ich meine, wenn man jetzt ein Crafting-Table macht, dann hat man schon gleich eine Holzbewegex und hat dann darauf gleich schon Stein. Ich meine, guckt, jetzt hat man schon ein Schwert zusammen. Jetzt eine Axt. Eine Pickaxe. Schaufel. Da hat man erstmal alles, was man so dringend bräuchte. Ich nehme noch ein paar Aufrisse mit. So 20, dahin. So 20, dahin. Und... Da kann man sich erstmal Stecker machen. Dann kann man sich erstmal Stecker machen. Je nachdem, wie schnell man ist, kann man auch erstmal nach Eisen suchen gehen. Machen wir vorsichtshalber erstmal eine Schaufel. Und ein Schwert. So. gut ist hier sind gleich ja schon berge und da könnte man gelegentlich auch ganz an der seite weil sie es nicht jetzt in 1.17 geändert haben das kohle ich meine kohle ist jetzt momentan am anfang auch sehr wichtig wir fackeln damit wir in der hürde wenn wir eisen holen dann ausleuchten können da haben wir auch einen kupfer gefunden keine ahnung ob wir es mit stein abbauen können kann sein dass wir eisen dafür brauchen es geht okay einfach mitnehmen abzimmer keine verwendung gerade weiter auf die suche nach eisen irgendwo war ein zombie da sehe ich auch keine eisen und ich weiß nicht ob sie das jetzt geändert haben in der 1.17 auf jeden fall war das mal so dass an den bergen am rand eisen zu sehen war oh ja da war und da unten da ich kann das nehmen wir suchen die 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 So, unser erstes Eisen. Ich werde auch noch mal gucken, wann ich, also an welchen Tagen ich überall dann Folgen veröffentliche. Aber ich denke mal so, das wird ungefähr auch so um 3 Uhr nachmittags immer kommen. Vielleicht jeden Tag, vielleicht jeden zweiten Tag. Vielleicht an meinen Stelle noch etwas später. Und was ist da? Gucken wir gleich hin. Zuerst mal gucken, ob hier vielleicht doch noch mal Eisen ist. Ähm, sieht gerade nicht so aus. Okay. Okay. Okay, ja, jetzt ganz erst mal rein. So. So. Ähm. Ähm. Das sieht gefährlich aus. Ähm. Okay. Sag ich, die mal von der anderen Seite da irgendwie lang. Zum Eisen. Und muss sehr vorsichtig sein. Ultra vorsichtig sein. Sonst hätten wir schon den ersten Tod. Stopp. Moment. Oh mein. Ich würde erstmal noch etwas anderes machen. Okay. Ich würde mal sehen. Ich würde mal sehen. Das wird gerade nackt. Ich hoffe, hier sind drei Schafe. so. Ich würde sagen, dass man ein bisschen abstand von hier. Finde ich ja noch ein drittes Graf. Ein weißes. Damit die ich im Bett grafen kann. Oh. 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 Hm. Hm. Weil irgendwo... ...das Eisen... So, ein paar Kackeln... ...vier... ...was macht... ...wann finde ich mir jetzt in der richtigen Stelle überhaupt. Hm. Ich darf mal ein bisschen hier rüber. ... Hier. 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 I Das ist ein ... 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 wo war denn hier noch ein tausend krieger mal kurz kommen wir hier rein Na nicht, geht gar nicht, ich wollte das Eisen schon verkraften, das muss man jetzt ja aber erstmal schmelzen, Seite 1.17. Ich glaub, ich bin schon viel zu weit. Hier ist auch ein Wunscherpferd. das mit der nacht Okay. da ist auf jeden fall Irgendwo da war doch, meiner Meinung nach, irgendwie. Da sind Glow lichen, oder wie sie auch immer lichen. Da. Und da. Ach, da ist es. Na. Gut, das wird übrigens gerade wieder Tag. Dann holen wir auf dem Fall das Eis noch an. Da. Da. Ich werde versuchen, die Folgen alle an Cut hochzuladen. Dann mit. Hier auch mitbekommen quasi alles einmal. Oh. Also da. Da. Ich habe mich genau reingekommen. Da. 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 Ich würde jetzt die Höhle hier noch abgrasen mit dem Eisen. Und dann würde ich. Dann würde ich sozusagen gucken, dass ich. mal auf die Suche nach einem Bett gehe. Da. 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 ja ok moment da oben ja gut Gut, für das erste belasse ich es bei dir ein. Oh. So, jetzt wird er ... Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, hoffentlich morgen um 15 Uhr. Und dann kümmern wir uns um ein Bett und suchen nach einem Dorf. Bis dahin und ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.